So, und weiter geht's. Und zwar wollen wir uns jetzt aufmachen in das Tal der Königsfamilie... Königsfamilie? Königsfamilie. Also zum Friedhof. Und ja, dazu müssen wir nämlich hier hin und hier runter steigen, denn... Oder? Okay, Moment. Moment. Ach, ich bin so ein Trottel. So. Wo war ich stehen geblieben? Wir müssen oder gehen jetzt mal einfach hier lang. Einfach weil wir es können und ich gerade total keine Ahnung hab. Waren wir hier schon? Ja, waren wir. Hm. Wobei, warte mal. Wobei, warte mal. Ich glaub, so falsch bin ich gar nicht. Oder? Oder? Bitte sag, dass ich nicht falsch bin. Oder bin ich wirklich so ein Trottel? Ähm... Ja... Das Tal der Königsfamilie... Königsfamilie, Mann. Lern Deutsch. Ist hier. Ah, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Ach, Mann. Ich hatte jetzt totalen Denkfehler. Na. Ärgerlich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Hier müsste nämlich... Also, da müsste nämlich irgendwo... Moment, das sieht irgendwie verdächtig aus. Hier müsste nämlich eigentlich... Also, da wo ich hin wollte, war nämlich so ein großer Schein wie drei. So, gehen wir mal hier rein. Sind wir so nett und grabben uns zwei Feen? So, Fee eins. Komm her, Fee. Nein, ich will kein Wasser. Weg damit. Fee! So. So, Vorsichtshalber, weil Risiko und so ist immer geil. Deswegen. Ja. Komm her. So. Und auch vollgeheilt. Ja, jedenfalls wollen wir jetzt zum Tal der Königsfamilie. Und da gehen wir jetzt einfach hin, weil wir da hin wollen. Ja. So. Nämlich schwimmen wir jetzt mal hier lang. Und können's nicht. Sehr toll. Ja, ich weiß immer noch nicht wo genau ich eigentlich hin will, aber... Das merkt ihr auch irgendwann. Ja, random Herz-Timer eben. Jetzt hab ich drei. Ja. Stimmt, genau. Hier wollte ich hin. Und das sieht irgendwie verdächtig aus. Sieht es halt nicht verdächtig aus. Dann nicht. So. Wir schwimmen einfach mal random hier lang. Gucken, ob hier irgendwas Lustiges ist. Hier muss doch irgendwas Lustiges sein. Komm, wir gucken mal. Schwupps. Der Innenhof. Mah. Leck mich doch am Arsch. Ich hab so viel Geld. Was soll ich damit eigentlich... Näh. Da geh ich gar nicht erst hin. Da geh ich gar nicht erst hin. Wir wollen jetzt nämlich in Windeseile zum Teil der Königsfamilie. Und da hab ich direkt schon auf das nächste Thema elegant verwiesen. Ja. In Windeseile. Also, das Thema hat was mit Wind zu tun. Ja. Und das passt ja auch irgendwie dazu, dass ich euch erzählt hab, dass ich eine Wii U hab. Nämlich hat Nintendo in der letzten Nintendo Direct, also dieser Nachrichtensendung von Nintendo. Ja, wir sind jetzt jedenfalls hier. Erzelo sagt jetzt bestimmt was. Eheh, Nulling. Ziemlich finster, nicht? Äh, ziemlich gruselig, oder? Äh, was? Du hast keine Angst? Äh, ich natürlich auch nicht. Gut, äh, gehen wir. Äh. Ja, jedenfalls hat Nintendo angekündigt, ähm, dass das neue Spiel noch ein wenig auf sich warten... Nein, Havi, abzulecken! Nämlich angekündigt, dass das nächste Spiel... Aua. Egal. Wir haben genug. Ähm, noch ein wenig... Ey, du Spasti! So. Wenn du jetzt nochmal kommst, dann... Bist du tot? Nein. Dass das nächste Spiel noch ein wenig auf sich warten lässt. Und ich bin ja mal wirklich gespannt auf The Legend of Zelda Wii U. Aber dann haben sie, um den Fans ein wenig die Wartezeit zu verkürzen, was ich recht cool finde, angekündigt, dass sie eine HD-Fassung von The Windbreaker auf die Wii U portieren wollen. Und von dem, was ich gesehen habe, ist es geil. Moment, ich erzähle gleich weiter, aber jetzt erstmal... Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen über dein Abenteuer stellen? Ja, klar. Kannst du machen. Das Flammenelement. War das das erste, das du errungen hast? Ja, klar. Nein, natürlich nicht. Das Erdelement. Vom komischen Wackelpudding-Typi. Ah, so ist das gut. Nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht? Nein, er heißt Onkel Albrich. Ach so, ist das gut. Nächste Frage. Melter vom Gongolberg hat sieben Schüler. Stimmt das? Ich habe keinen Plan, aber ich glaube, ja. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Heißt die Frucht, die man isst, die man... Ja. Heißt die Frucht, die man isst, um die Minish zu verstehen? Laberbirne? Nee. Nein! Oh, zu schnell geduldet. Wir verlieren alle Pfeile. Super. Ah, fuck you. Ich hasse dich, du blöde Bitchfee. Du blöde Bitchfee. So. Komm, probieren wir es nochmal. Das sei, dass ich jetzt aber nicht so auf mir sitze, du komische olle Quizfee, ne? Bist ja schlimmer als Günther ja auch. Ja, darfst du mir einige Fragen stellen? Tun, tun. Ja, darfst du. So, das Flammenelement war nicht das erste, sondern das Erdelement. Nein. Ja. Mein Großvater... Vater heißt... Fuck you. Ah. Ich verdrück mich immer. Egal. Ich bin zu hektisch. Gib ich zu. Also nochmal. Jedenfalls hat... Also ich bin ja mal wirklich gespannt auf so Wind Waker. Also auf die HD-Portierung, weil wirklich dieser Cell-Shading-Look und dann auch noch so HD. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde es mir natürlich auf jeden Fall holen. Weil, naja. Ich habe zwar die Originalfassung hier ja noch liegen. Oh, fuck you. Jetzt habe ich wieder weggeguckt. Weil ich gerade auf... The Wind Waker geguckt habe. Egal. Dann kann ich wenigstens in Ruhe weitererzählen. Und ja. Guckt euch mal die Nintendo direkt an. Da wurden auch ein paar Screenshots gezeigt. Also wenn euch das interessiert. Beziehungsweise guckt einfach mal nach Screenshots. Geil sieht es im Moment aus. Und naja. Bis das nächste Zelda rauskommt. Was wahrscheinlich dann 2014 sein wird. Bin ich dann mal gespannt. Und werde dann im Herbst, wenn es rauskommt, so ein Waker spielen. Und jetzt ist auch meine... Und jetzt ist auch meine Angst, dass ich nicht alle Zelda-Teile bis auf The Wind Waker spielen und Let's Playen kann. Ja, die Frage war jetzt doof. Du hast all meine Fragen zu deinem Abenteuer richtig beantwortet. Deshalb werde ich dir helfen. Und du hast den großen Pfeilköcher erhalten. Jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Mögest du erfolgreich sein. Ja. Wir können jetzt nämlich 50 Pfeile tragen. Was ich total super finde. Aber... Ja. Ich bin wirklich gespannt auf The Wind Waker. Weil Wind Waker war doch schon ein... Ziemlich geiles Spiel. So. Sterb. Haha. So. Gucken wir mal hier nochmal. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Und ich bin wirklich gespannt. Und ich wäre sogar... Bereit The Wind Waker dann zu... Let's Playen. In HD. Richtig geil. So. Jetzt brauchen wir unser Lämmchen. Schönen. So. Lampe an. Hier ist auch immer irgendwo ein Geist. So. Boah. Und diese Geister sind scheißnervig. So. Schaffe ich das? Schaffe ich mal bestimmt noch. Oben. Wir laufen nach oben. Das ist nämlich wie die verlorenen Wälder. Aus Ocarina of Time. Und auch Majora's Mars. Und sonst irgendwo. Dann gehen wir links. Also oben links. Links. Stirb. Oben links. Wie vorher. Also nochmal links. Oben links links. Na dann. Zack. Oben links links. Wie am Anfang. Oben links links. Oben. Stirb. Nein. Hör auf nicht zu leckern. Ich hasse das. Wenn mich Leute lecken. So. Rechts. Boah. Kennt ihr das? Wenn eure Oma irgendwie da ist früher. Und dann meint sie so. Ja. Du bist schmutzig. Komm. Wie auf dem vorletzten Schild. Rechts. Oder oben. Oben. Ja. Und dann meint sie irgendwie euch die Backe sauber machen. So. Boah. Das ist so eklig. Na ja. Aber genug der komischen Worte. Äh ja. Der Friedhof ist zu. Reden wir mal mit dir, Typie. Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist? Ach ne. Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich. Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Moment. Warum rede ich wie ein alter Sack? Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Geil. Der Schlüssel zum Friedhof erhalten. Er hat das dort zum Friedhof. Ja. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon hier an am Feuer sitzen können. Draußen ist es kalt. Und ja, gehen wir im nächsten Part ins Grab vom alten ollen König. Und jetzt sagen Link, Boris und ich bis dann. Ciao, ciao und see ya. Man sieht sich im nächsten Part. Und dann labere ich noch ein bisschen weiter über Wii U und sonstigen Kram bestimmt. Ja, man sieht sich. See ya.